so meine Freunde ich habe nicht wieder ja zuletzt die Sankt Adventure to Battle mit Eurem Chilio Dog und Eure Rouge um was war das wenn nicht das war doch das war das mit ganz vielen kleinen Planeten wenn ganz viel kleine Planeten die ganz viel kleinen Lager machen Prozent Prozent so aus wie eine andere Sprache das konnte ich nicht lesen und zuerst zwischen da kommt und hochter lustig finde ich die Schwerkraft der Ort der nicht klein ist ja was ist das für ein Ort der nicht klein ist Iron Boots mit den können wir stärker ja klar stärker treten der Ort der nicht klein ist und jetzt kommt der Ort der Großes mal wetten nein kommt auf zu bauen so nicht in der Kiste denn wieso nicht wieso alles mit nicht das ist nicht so mein Geschmack das meine Sprache normales normalerweise ist naja normalerweise ist der Ort der nicht klein ist der Ort ist hier ist nicht klein das ist ein bisschen scheiße kann das sein das war von den Planeten hier anziehen genau so gibt es hier mehr als zwei Planeten da ist noch ein blauer genau auf den will ich bloß wie kam ich noch mal auf den rauf ich musste von irgendwo ein Trampolin glaube ich nehmen ja die Dinger sind für mich Trampolin ne Trampoline Trampo ja Trampoline wenn es nicht so heißt jeder weiß was ich meine da ist ein Trampolin Sprungfedern Trampolin ne alles das gleiche nicht mal gelb und der hat keine Schwerkraft oder was schaut euch doch nicht aus für ein Zufall so hängen bleiben hängen bleiben hängen bleiben ne Merkwürdig dass die nur oben die Schwerkraft haben aber ok ich finde hier einiges merkwürdig ich finde merkwürdig dass ich den Ort nicht finde der nicht klein sein soll äh der sich den Ort nicht finde der nicht klein sein so oh wie beschissen hat sich das so getan so ähm ich mag das Level jetzt schon nicht so ich will da auf dem dem Pluto da also da aus dem Pluto und zwar nicht wie der Hund von Mickey Maus so rauf da zack sechse Bien so zack zack die Bohne komm herh her du auch nicht denn noch höher komm herh her dieser Ort hier ist gewiss nicht klein zeig mir doch mal bitte den grünen Punkt an es wäre total lieb von dir es wäre super sozial und wenn du sozial bist dann dann bist du nicht asozial ja und ich schieße mich hier quer durch die Gegend was für den Sinn das auch immer haben soll das hat den Sinn zu sterben oder was ne wir haben das eine Plattform ob man genau darauf sollte mit dem mit dem mit dem Flatterviech ich was hätte bist du sehe ich auch so das das ein Ort der nicht klein ist ich komme damit immer noch nicht klar komm her hier nein 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 so wie komm her komm her gibst du mir neue Standort das wäre super sozial von dir so hoch da da Raketen irgendwas irgendwas ja tut mir leid dass ich kein aaa irgendwas muss hier mal mit der A-Taste gemacht werden da dreht ohne Schwerkraft schon besser viel besser obwohl ich ihn auch im ganzen Level jetzt suchen darf aber ich darf ihn suchen ich weiß nicht von nach ich suche kommst du mal ja danke sehr genetig fand dir ha ha so Meteorit ohne Schwerkraft möchte direkt mal hier hinfliegen so und dann möchte ich hier hochfliegen warum weil ich's kann nicht nahe des gelben Lichtes sowieso was für ein gelbes Licht boah kotzt mich das Level an ja es kotzt mich an und ihr werdet den Part sehen egal nur allein schon weil ich mir weil mich jeder scheiß Level ankotzt und ich keinen Bock mehr auf dieses Level habe so schwer hatte ich's gar nicht in Erinnerung was ist irgendwo was sinnvolles drin einer der anderen beiden Chaos nein natürlich nicht Master nein Master Master kann ich noch nicht lesen war ich noch nicht da so hab noch kein Skill hab noch kein Skill Bist du das vielleicht nein bist du nicht hab ich gerade herausgefunden Meteorit ohne Bewegung das auf diesem Planeten ich habe auch einen Vorteil da sich hier nix bewegt so so wenn ich dann hier noch so ein bisschen zur Mitte fliege und nach oben wo ich dann umgucken kann was was Meteorit ohne Bewegung soll das ganze zufällig Meteorit sein oder was halt lesen ist das deutsch ist das deutsch war ja ein er her kommt was nicht was er ja nur in Ruhe mit einer dummen Schwerkraft hier kommen her ein tiefer Ort oder da das sich fallen kommt was ich los wo du mir Schwerkraft so kaputt machen da ran hoch zu ja es kotzt mich ein bisschen an hier das Level weil ich bis 15 Minuten nicht geschafft habe bis 14 Minuten 30 sagen wir mal so dann werde ich das letzte Ding wenn ich es nicht vergesse hinzuschneiden nicht auf diesem Planeten nicht auf diesem Planeten und natürlich komme ich auf diesem Planeten hier ich möchte nur nach unten und warum lässt er mich nicht nach unten ach 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 das ach 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 nicht nur und dass sie mit der Maschine eine Pistolenmaschine würde ich jetzt dazu sagen aber ob das richtig ist kommt hier Leute das ist die tiefsten Orte hier nur da hat sich das doch schon gelohnt hier nicht tiefer Ort und ich verarschen jetzt oder was wir kommen andere Seite die hier sind aber das ist auch wir sind kein tiefer Ort und ich habe mich verlesen meine Güte so wow wir das mal wieder eine Arbeit mit dem zum Gefriemel aber okay bis jetzt ist alles noch machbar ich könnte innerhalb von drei Minuten zwei Kristalle finden nicht ich werde es einfach mal die Gegenteiltaktik probieren ich werde es einfach mal nach ganz oben fliegen so hoch komm hier komm ab so nochmal komm hier ab und noch höher tiefer Ort so ist er solch tief genug hier nein du bist natürlich für den dritten zuständig ich 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 ja 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 ich weiß nicht es ist ein bisschen ich finde es nicht und ich werde es gleich schneiden und suchen und dann finden ja ja ich verabschiede mich ich bin euer ich bin euer ChilioDog ihr seid meine Fans bis zum nächsten Mal ciao ha Nummer zwei haben wir damit auch gefunden und er ist es hier gewesen ja und wo ist dieses hier es ist auf diesem grünen großen planeten auf der unterseite ja ähm ich suche noch den dritten bis zum nächsten Mal und da haben wir auch unseren dritten gefunden ja er ist hier auf äh ja jetzt kann ich es mir nochmal zeigen da ich runtergefallen bin ich will klettern hier ran achtet mal auf die Zeit Leute ja hier auf diesen Planeten hier auf dieser Plattform muss man hier lang und dann da und dann kriegt man hier und holt sich das Ding ja I did it ja super hast du das gemacht Mädel und warum hat er den Sound gestoppt ich verstehe es nicht dann wollen wir mal auf beenden ja das war's Freunde ich wollte euch das noch kurz zeigen bis zum nächsten Mal